Heute an unserem vierten Fahrtag zur Überquerung der Pyrenäen vom Mittelmeer bis zum Atlantik stehen uns wieder einige Highlights bevor. Wir starten im Hotel Cotori und begeben uns auf die Tagesetappe, die heute 265 km bietet. Insgesamt wieder Höhenzüge von über 2000 m erreicht, aber insbesondere in der zweiten Hälfte deutlich abflacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.